BMW gestaltet aktuell fleißig um. Neben dem X7 haben auch der i4 und andere Baureihen die neue Niere bekommen. Jetzt ist das Vierer Cabrio von BMW dran. Das Modell soll im März 2021 auf den Markt kommen und kriegt eine neue Frontpartie verpasst. Im Netz gehen die Meinungen stark auseinander. Ein Teil findet den neuen Kühlergrill deutlich zu groß. Die Gegenseite findet die stilistische Veränderung hingegen gut. Eines lässt sich auf jeden Fall festhalten. Das neue Design von BMW ist definitiv eine Veränderung und ein neues Erkennungsmerkmal. Der Blick auf die Konzernhistorie zeigt, die Bayern fahren beim Auftritt gerne mutig vorweg.